Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bepflanzung der Meistersprechstunde. Ich habe so eine wirklich riesige Schale, die ja so ein bisschen ja einen urigen Charakter hat. Sie hat unten auch ein Abflussloch, was immer bei der Schalenbepflanzung wichtig ist und die ist so ein bisschen gräulich, bräunlich und da möchte ich gerne eine rein weiße Bepflanzung machen. Also wirklich, das sind vorwiegend ja Sommerblüher, also die wirklich bis zu den ersten Frost blüht und dadurch, dass ich auch eine weiße schwarzäugige Susanne verpflanze und das eine Kletterpflanze ist, brauche ich jetzt hier im Mittelpunkt so ein kleines Klettergerüst, was farblich auch dazu passt. Und ich hatte wirklich noch ein paar ja so Birkenzweige und dadurch, dass auch die Schale tief genug ist, habe ich mir gedacht, mache ich im Mittelbereich eine ja so ein Gerüst, wo die schwarzäugige Susanne sich dann so ein bisschen hoch rankeln kann. Genau und so ein Dreifuß ist da, macht er eigentlich am meisten Sinn, weil das auch noch ein bisschen Stabilität gibt. Und dann habe ich hier ein Band, um das zu fixieren. So ein bisschen andrücken, dass das noch ein bisschen stabiler wird. Genau und dann fange ich auch schon mal mit der schwarzäugigen Susanne an. Ich habe alle Pflanzen vorher durchdringend gewässert, so dass ich auch gleich mit der Pflanzung anfangen kann. Die schwarzäugige Susanne hat auch ja von sich aus mitgeliefert drei so Stäbchen. Die würde ich auch erst mal so drin lassen, bis sie sich richtig festgewurzelt hat. Vielleicht kann man das dann noch mal so ein bisschen ja ausrichten. Genau und dann fange ich schon mal an. Was habe ich so mitgebracht? Ich habe hier einmal Elfenspiegel in weiß. Dadurch, dass ich die Bepflanzung von allen Seiten schön haben möchte, also es gibt keine Vor- und Rückseite, mache ich da eine relativ wiederholende Bepflanzung. Den Elfenspiegel setze ich so ein bisschen an den Rand und im Prinzip wie so ein Dreieck gepflanzt, mache ich das sehr gleichmäßig. Bei diesen Sommerblumen ist das auch einfach so, dass die im Laufe der Zeit noch richtig an Volumen zunehmen und deswegen probiere ich auch nicht ganz so viel, das zu befüllen, dass jeder noch so sein Plätzchen hat, um sich zu entwickeln. Was ich zu weiß immer noch sehr schön finde, wenn man dann auch so mit Blatttexturen arbeitet, da habe ich einen Salvia Agentär und der passt wunderbar zu diesem weißen Thema. Den setze ich jetzt immer so ein bisschen daneben zu einer, zu einem Elfenspiegel. Auch drei Stück habe ich davon. Wenn der blüht, bekommt der auch weiße Blüten, also so passt das im Grunde genommen. recht gut von der Farbe auch. Genau, dann fange ich jetzt an mit den Euphorbia. Das werden auch, also das füllt dann auch diesen Raum richtig aus und eine japanische Scheinmyrte, die gibt es in verschiedenen Farben, auch rosa, aber ich habe mich jetzt für weiß entschieden. Da habe ich nochmal eine japanische Scheinmyrte, die setze ich hier in den hinteren Bereich. Und hier noch eine weiße Glockenblume, das ist eine gefüllte Variante. Die setze ich hier vorne noch rein. Und nochmal ein Diamond Frost, eine Euphorbia. Ein bisschen weiter hier, die umspielt dann so ein bisschen diesen Birkenstamm. So, ich habe auch ganz normale Kübelpflanzenerde genommen, weil das auch schon aufgedüngt ist. So, die Bepflanzung ist fertig. Ein weißes Thema, rein weiß, passend zu diesem, ja, bisschen urigen Kübel. Ich hoffe, dass euch da ein bisschen Inspiration in den Kopf kommt, sowas nachzupflanzen. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, eine schöne Gartenzeit. Musik